Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutella und ich bin hier wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Mountgut präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount hier aus der Bastion und dementsprechend befinde ich mich hier schon ganz unten in der Bastion auf den Koordinaten 59, 93. Und dort haben wir einen Rare, der uns einen Mount droppt. Der Rare schämpft sich Sonnentänzer und der droppt einen Mount, das heißt auch Sonnentänzer, also haben sogar die gleichen Namen. Hier können wir aber nicht einfach hingehen und den Rare unboxen und dann das Mount einheimen, sondern wir brauchen ein wenig Vorbereitung. Als allererstes brauchen wir einen Segen, Segen des Sonnenreitens, müssen wir uns besorgen. Und dieser Segen, den erhalten wir hier auf den besagten Koordinaten, auf dieser kleinen Ausbuchtung. Und zwar haben wir dann hier ein uraltes Denkmal und wenn wir da hingehen und das einmal anklicken, dann seht ihr, haben wir eine halbe Stunde einmal einen Buff drauf. Aufsägen des Sonnenreitens. Den braucht ihr auf jeden Fall, denn wir brauchen diesen Buff, um dann dementsprechend den Rare aufzusitzen. Und der Rare, der fliegt hier vorbei. Das ist dieser Sonnentänzer. Der hat übrigens eine Respawn-Zeit von einer Stunde in etwa 50 Minuten, einer Stunde etwa sowas. Also heißt, man kann hier auch mal ein bisschen warten oder muss halt dementsprechend auch ein bisschen Server hoppen. So, dann haben wir aber noch ein zweites Item, was wir brauchen. Und zwar Himmelsschreiter-Gleiter schimpft sich das. Und das ist ein Item, das ein Koreaner herstellen kann. Wie wird das hergestellt? Und zwar gibt es bei den Koreanern ja dieses Sondergebäude, das sie neben den anderen drei Gebäuden haben. Ich schimpfe das immer, ich glaube Pfad des Aufstiegs heißt es, ich nenne es immer Koreaner-Arena. Und da kann man ja dann gegen verschiedene Bosse kämpfen. Und man muss diese Koreaner-Arena auf drei haben. Und dann den ersten Boss auf Weisheit, irgendwas mit Katharina Kalia, irgendwie sowas, heißt die auf jeden Fall. Die müsst ihr besiegen, da kriegt ihr das Rezept her. So, jetzt keine Angst, ihr müsst nicht unbedingt den besiegt haben, ihr müsst auch kein Koreaner sein. Dieses Item, was man sich herstellen kann, dieser Gleiter, den können wir auch im Auktionshaus kaufen. Ja, heißt, wenn ihr das jetzt nicht habt, dann könnt ihr einfach ins Auktionshaus gehen. Wenn ihr ein Rich-Kid seid wie ich, habt ihr ein Auktionshaus-Mount. Und dann geben wir Himmels, machen wir es mal so, Himmelsschreiter. Und ihr seht, hier haben wir den Himmelsschreiter-Gleiter, den kann man sich einfach kaufen. Und wenn ihr ein Koreaner seid und diesen Pfad des Aufstiegs hochgebastelt habt auf drei, dann könnt ihr es euch auch erspielen und dann selber craften. Das, ja, bleibt sich eigentlich gleich. Genau, diesen Gleiter braucht ihr. So, heißt, wir gehen hierher, klicken das Denkmal an, dass wir den Buff kriegen, haben wir uns den Gleiter vorher schon gekauft und dann können wir loslegen. Natürlich muss der Rare auch da sein. Ihr seht, hier haben wir den Sonnentänzer, der hüpft da mitten in der Luft rum und jetzt müssen wir es schaffen, auf ihn drauf zu gleiten. Und dafür müsst ihr hier an den höchsten Punkt, etwa hier oben hin auf die Koordinaten 60, 93. Sobald ihr dann da oben steht, müsst ihr warten, bis der Rare vorbeikommt und im richtigen Moment dann euren Gleiter einsetzen. Übrigens, ihr könnt da nicht normalen Goblin Gleiter nehmen, ihr braucht wirklich genau dieses Item, sonst habt ihr ein Problem. Das wird übrigens beim Einsetzen nach Auf gebraucht, heißt, wenn ihr hier das Draufliegen verkacken solltet, dann ist das Ding weg und ihr müsst halt nochmal einen euch kaufen oder selber craften. So, sobald ihr drauf seid, habt ihr einen Extra-Button, den drückt ihr dann, solange das Besänftigen, bis ihr ihn quasi besänftigt habt und kleiner Tipp nebenbei, wenn ihr euch heilen könnt oder Heilzauber habt, Schilde irgendwas, setzt das auch ein. Ihr kriegt nämlich, solange ihr auf ihn setzt und ihn noch nicht besänftigt habt, die ganze Zeit schaden. Heißt, ihr solltet mit Full Life draufspringen und dann das Besänftigen so schnell wie möglich durchdrücken und oder, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch zwischendrin ein bisschen zu heilen, weil ihr könnt da drauf auch sterben und dann ist es halt auch verkackt. Also, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Sobald ihr das geschafft habt und ihn besänftigt habt, fängt er an, loszufliegen und will jetzt hier auf die Plattform, wo wir dann vorher uns einmal diesen Buff besorgt haben. Jetzt kriegt ihr auch keinen Schaden mehr, also, sobald der Extra-Button weg ist, habt ihr es eigentlich schon geschafft und habt ihn besänftigt. Jetzt kriegen wir aber noch nicht das Mount, sondern wir haben jetzt einmal eine Heldentat bekommen beziehungsweise, ich glaube, es bringt sogar Punkte, genau, ein Achievement und jetzt müssen wir ihn noch besiegen und dazu können wir ihn dann nämlich anquatschen und ihr seht, jetzt ist er ein Gegner und hat über eine halbe Million Leben und ihr könnt ihn dann runterklopfen. Ich als Tank habe es relativ easy gemacht, das ging, hat aber eine Weile gedauert. Wenn ihr jetzt hier vielleicht nicht mit dem Tank-Char seid, würde ich euch empfehlen, vielleicht ein, zwei Leute mitzubringen, die euch da ein bisschen helfen und ihn runterklopfen. Was ich bis jetzt gehört habe, dass, wenn man den schnell genug tötet, anscheinend soll es intern irgendwie einen Buff geben. Wenn man innerhalb von fünf Minuten dann umboxt, kriegt man auf jeden Fall 100% das Mount. Ich habe es auch zu 100% bekommen. Es gibt aber auch eine kleine Chance, dass andere Leute, die quasi mit draufhauen, auch das Mount bekommen können. Dazu kann ich jetzt nicht viel sagen. Hier ist jetzt noch einer bei mir dazugekommen, der hat dann ein bisschen mit draufgeklopft gehabt. Ich habe dann das Mount bekommen, er jetzt da leider an der Stelle nicht. Ich habe schon von Leuten gehört, die dann nebenbei das Mount bekommen haben. Genau, soweit eigentlich hier zu der ganzen Geschichte. Wenn ihr euch den Buff holt und den Gleiter nutzt, solltet ihr eigentlich das Mount damit eintüten können. Und wie gesagt, diese Gleiter, die werden jetzt in nächster Zeit immer günstiger, weil man halt einfach diese Muts nachgeschmissen kriegt mittlerweile als Koreaner. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt dann noch einmal, den Gaul an, wie der aussieht. So, Dala, dann würde ich sagen, wir lernen das gute Ding. Hier den Sonnentänzer einmal eingesetzt. Und dann schauen wir mal, Sonnen... Da haben wir den Sonnentänzer. Das ist wieder so ein schickes Einhorn. Ich vermute mal, dass es natürlich auch fliegen kann. Blizzard hat ja diese Einhörner alle mal gepatcht, dass sie alle fliegen können. Und ja, jetzt bin ich gerade überlegen. Ah, warte mal, das ist der Buff, oder? Ah, ich würde gerade sagen, bringt das Einhorn noch diese Kugel aus? Aber nein, das war der Buff, den wir uns ja geholt haben. Hier seht ihr auf jeden Fall ein schickes Einhorn. Hier so ein bisschen in... Ja, ich bin jetzt nicht so gut mit Farben. Das ist so weiß mit so einem Gelbstich drin, würde ich jetzt mal behaupten. Gibt es bestimmt irgendwie einen Fachausdruck für den ich jetzt nicht weiß. Aber auf jeden Fall ist es ein schickes Mount. Ein nettes Mount-Special. Und ja, damit sind wir am Ende vom Video. Solltet ihr noch Fragen oder Anregungen haben, schreibt die gerne in den Kommentaren. Und sonst sehen wir uns dann beim nächsten Mount Guide wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.